Hallo, herzlich willkommen in dieser Folge. Heute geht es um die Schilddrüse in Zusammenhang mit Kinderwunsch. Viel Spaß dabei. Dass die Schilddrüse ein enorm wichtiges Organ ist, die größte Hormondrüse, wenn man so möchte, die wir haben, das hat sich hoffentlich mittlerweile auch umgesprochen. War immer sehr stiefmütterlich betrachtet, aber wir wissen natürlich, die Schilddrüse ist enorm wichtig und das zeigt sich auch beim Thema Kinderwunsch. Denn auf einmal dreht sich ja alles um irgendwelche TSH-Werte und T3 und T4 und man will es bestimmen und man möchte die Schilddrüse richtig eingestellt haben. Jod ist ein Riesenschlagwort. Was mache ich mit meinem Jod? Muss ich zusätzlich was einnehmen? Das wollen wir heute alles besprechen und in Ruhe erklären und dann bist du am Ende des Videos hoffentlich ein bisschen schlauer, dieses Mysterium zu entwirren. Grundsätzlich, Frauen mit einer Infertilität, also einer Unfruchtbarkeit und unregelmäßigen Zyklen, haben eine höhere Rate an Schilddrüsenproblematiken. Auf der anderen Seite haben Frauen mit einer Schilddrüsenproblematik auch höhere Raten an Infertilität. Allen voran muss man hier auch die Frauen mit PCOS, also dem polizistischen OVAR-Syndrom, ansprechen, die erhöhte Raten haben an Schilddrüsenunterfunktionen. Wenn ich weiß, was ein PCOS ist, darf ich gerne dieses Video einmal anschauen, da erkläre ich alle Basics. Und wenn wir über die Schilddrüse sprechen, ich habe es gerade schon angerissen, müssen wir erstmal das Element Jod besprechen und warum Jod überhaupt so wichtig ist. Es ist wichtig, weil es ein Baustein der Schilddrüsenhormone ist. Ohne Jod gibt es keine Schilddrüsenhormone und die sind enorm wichtig für die geistige Entwicklung des Kindes zum Beispiel. Wenn Mama also wenig Jod im Blut hat, kommt auch wenig Jod beim Kind an. Das macht Sinn. Und deswegen gibt es auch weniger Schilddrüsenhormone von der Mama und aber auch dem Kind, sodass die geistige Entwicklung eingeschränkt wird. Ein Jodmangel ist tatsächlich die weltweit häufigst vermeidbare Ursache für geistige Retardierung beim Kind, muss man sich mal vorstellen. Und wir hier nicht nur in Deutschland, sondern in Europa fast allgemein haben ein Jodmangelgebiet. Liegt unter anderem auch daran, dass unsere Böden jodarm sind und wir wenig bis mäßigen Zugang zu Fisch beispielsweise haben. Jodmangelgebiet klingt jetzt erstmal nicht so fein, was das Thema angeht mit den Schilddrüsenhormonen. Genau darauf komme ich jetzt zu sprechen. Denn tatsächlich ist es ja in der Schwangerschaft und in der Stillzeit so, dass eine zusätzliche Jodeinnahme, also Supplementation, empfohlen wird. 150 Mikrogramm sind das hier in Deutschland, die zusätzlich empfohlen werden einzunehmen, täglich. Die WHO zum Beispiel empfiehlt sogar 250 Mikrogramm für Schwangere und Stillende, täglich. Wie ist das jetzt bei Frauen mit Kinderwunsch? Und auch hier sagt die Leitlinie, Frauen sollten schon präkonzeptionell, wie es so schön heißt, also vor der Schwangerschaft, Jod supplementieren. Zusätzlich 100 bis 150 Mikrogramm am Tag. Hat genau den Hintergrund, den ich gerade erwähnt habe, weil Jod und vor allem die Schilddrüsenhormone extrem wichtig sind. Nicht nur in der Schwangerschaft, sondern eben auch für den eigenen Zyklus, die eigene Fruchtbarkeit. Denn gerade auch Östrogen zum Beispiel, das weibliche Steroidhormon schlechthin, hat enormen Einfluss auf die Schilddrüse wiederum. Östrogen triggert nämlich die Schilddrüsenhormone. Östrogen sagt eigentlich, ich möchte mehr Schilddrüsenhormone im Blut haben. Auf der anderen Seite erhöht sie aber auch ein Bindungsprotein, das TBG, das Thyroxin-bindende Globulin. Das bindet quasi diese freien Hormone T3 und T4 und damit sind sie inaktiviert. Also Östrogen hat auch einen enormen Einfluss. Auch das Schwangerschaftshormon HCG, weil es eine Ähnlichkeit hat zu TSH, stimuliert es die Schilddrüse, sodass T3 und T4 nach oben schießen, gerade am Anfang der Schwangerschaft. Und dadurch kommt auch sehr oft die Schwangerschaftsübelkeit zustande. Jetzt wollen wir aber ein bisschen weggehen von der Schwangerschaft und der Stillzeit und hin zum Kinderwunsch. Hier ist ja die Frage, welcher TSH-Wert muss es denn bitteschön sein, dass ich mir das Risiko für eine Fehlgeburt, denn die ist nachweislich erwiesen, wenn die Schilddrüse sehr schlecht eingestellt ist. Sehr schlecht. Gibt es erhöhte Raten an Fehlgeburten, aber auch wenn die Schilddrüse mäßig gut eingestellt ist, haben wir ja gerade schon besprochen, gibt es die Möglichkeit, dass eine Frau infertil ist, also unfruchtbar ist. Ganz grob, wir wollen jetzt nicht hier die Schilddrüse an sich auseinandernehmen, sondern nur mal grob beschreiben, was es alles gibt. Es gibt natürlich eine Schilddrüsenüberfunktion, das heißt wir haben zu viel FT3 und FT4, die Schilddrüsenhormone, die ja sehr stimulierend wirken, die den Stoffwechsel anregen, die den Herzschlag erhöhen, die Gewicht abnehmen lassen zum Beispiel. Und dann ist natürlich das Steuerhormon TSH runtergereguliert, denn der Körper merkt, das ist viel Schilddrüsenhormon in der Peripherie, also im Körper. Also müssen wir nicht noch mehr produzieren und deswegen geht TSH in den Keller. Auf der anderen Seite, und das kann man eigentlich konträr umdrehen, ist eine Schilddrüsenunterfunktion statistisch erstmal häufiger mit ungefähr 2 bis 3 Prozent oder subklinische Hypothyreose heißt es dann. Also eine, die man gar nicht bemerkt, die liegt zwischen 3 und 10 Prozent. Genau das Gegenteil. Wir haben wenig periphere Schilddrüsenhormone, deswegen steigt das TSH an, denn das möchte ja die Schilddrüse stimulieren. Welche Gründe jetzt dahinter stecken, warum man eine Unterfunktion oder auch eine Überfunktion hat, das ist glaube ich ein Thema wert für ein anderes Video, ein neues Video. Wenn euch das interessiert, schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich gerne mal expliziter über Über- und Unterfunktion sprechen, auch hinsichtlich Schwangerschaft, Stillzeit, darf ich Jod nehmen zum Beispiel oder eben nicht. Das ist glaube ich ein Thema für ein anderes Video. Man stürzt sich bei der Schilddrüsendiagnostik heutzutage sehr oft auf diesen TSH-Wert. Hat folgenden Hintergrund, T3, T4 liegen in sehr, sehr geringen Mengen vor allem frei im Körper vor, also FT3, FT4. Das sind wirklich sehr geringe Mengen, die Laboruntersuchungen sind aufwendiger dementsprechend, also auch teurer für den Vaterstaat. Und deswegen stürzt man sich auf das TSH, weil es indirekt die Stoffwechsellage anzeigt. Wichtig ist aber auch hier, wenn das TSH hoch oder runter ist oder auch die Symptomatik der Frau stimmt, sollte man als nicht nur Gynäkologin, Gynäkologe, sondern als Ärztin, Arzt allgemein auch natürlich FT3, FT4 und sogar das Reverse T3, T4 bestimmen. Also gucken wir uns den TSH-Wert an und ist der quasi über einen gewissen Bereich, ich komme gleich dazu, oder unter einem gewissen Bereich, muss man natürlich weiter nachforschen, woran liegt es. Und ich habe schon gesagt, die T3, T4 etc. zu bestimmen ist eine gute Maßnahme. Und zusammen mit diesen Werten, also TSH und dann eben die freien Hormone und natürlich auch im Zusammenhang mit Antikörpern gegen die Schilddrüse, wenn jetzt zum Beispiel eine manifeste Unterfunktion besteht, muss man halt schon gucken, woran liegt es. Hat man da eine Autoimmunerkrankung oder wird die Schilddrüse durch Antikörper eher stimuliert? Also da gibt es schon feine Unterschiede und auch was die Therapie dann auch mit Jod angeht, gibt es hier feine Unterschiede. Grob gesagt, und jetzt werden alle aufmerken, jetzt kommt er endlich zum Punkt, welcher TSH-Wert sollte es denn sein, bitteschön. Die Amerikaner sind da ein bisschen kulanter, sage ich mal, als wir hier in Europa. Amerikaner sagen nämlich, unter 4,5 sollte der TSH-Wert schon sein. Wie hier in Deutschland sagen, der TSH-Wert sollte für Kinderwunsch und auch in der Schwangerschaft, hier muss man die drei Schwangerschaftsdrittel ein bisschen näher betrachten, da ändert sich nämlich der Referenzwert etwas. Aber für Kinderwunsch gilt erstmal zwischen 0,1, was sehr, sehr tough eingestellt ist, und 2,5. Also es sollte unter 2,5 sein, so kann man es sich merken. Und dabei ist jetzt wichtig, muss man nicht darauf pochen, dass der TSH-Wert bei 1 zum Beispiel liegt. Das ist auch therapeutisch fast gar nicht möglich, weil auch die Schilddrüse natürlich Schwankungen unterliegt und auch die Jod-Ausscheidung, der Jodbedarf manchmal Schwankungen unterliegt. Also versteift euch nicht, je niedriger, desto besser, denn versteift euch lieber auf diese 2,5 und darunter bleiben. Ich weiß, dass in vielen Foren steht, der TSH muss ungefähr bei 1 liegen, das wäre das Optimum, da gibt es keine Fehlgeburten etc. pp. Ja, rein laborschemisch, theoretisch ist ein TSH von 1 vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber diese strikten Laborwerte einzuhalten, ist therapeutisch fast gar nicht möglich. Und es gibt auch überhaupt keine Evidenz dafür, dass hier die Fehlgeburtenrate oder auch die Fruchtbarkeit eklatant sich unterscheiden von einem TSH von 2 zum Beispiel. Und man muss auch aufpassen, und deswegen sind die Amerikaner auch ein bisschen kulanter, dass man nicht Frauen übertherapiert. Und deswegen sagen die, unter 4,5 sollte schon sein. Weil wenn eine Patientin jetzt bei 2,7 liegt, zum Beispiel, ist es natürlich so, dass man der relativ schnell dann Schilddrüsenhormone gibt, also eine Hormontherapie macht. Und das wollen eben die Amerikaner so ein Stück weit verhindern, dass zu viel pathologisiert wird. Also, zusammenfassend. Wichtiger fast, als jetzt sich auf den TSH zu stürzen vor der Schwangerschaft, ist erstmal zu gucken, wie sieht es eigentlich mit meiner Jod-Supplementation oder mit meinem Ernährungsverhalten, was Jod angeht, aus. Jod zu bestimmen im Urin zum Beispiel ist möglich. Es ist sehr schwierig, weil es wahnsinnig vielen Schwankungen unterliegt. Individuell jetzt den Jod-Gehalt im Urin zum Beispiel zu betrachten, ist ein bisschen tricky und auch im Blut. Es ist also nicht der perfekte, sensitive Marke, um zu schauen, wie sieht meine Versorgung mit Jod aus. Viel wichtiger ist zu sagen, okay, wir leben in einem Jod-Mangelgebiet. Es ist so und wir müssen irgendwie gucken, dass ich ernährungstechnisch mir Jod zuführe. Oder aber ich muss eben Jod als Tablette, Pulverchen, Öl supplementieren. Zweiter wichtiger Punkt ist für Kinderwunsch optimaler Schilddrüsenbereich. Ist unter 2,5. Wichtig sollte er drüber sein, muss man zum Beispiel Autoantikörper weiter bestimmen. FT3, FT4, also die Schilddrüsenhormone auch bestimmen, um zu gucken, was steckt überhaupt hinter einem zu hohen oder auch zu niedrigen TSH-Wert. Also kann man sagen, ja, geht vor eurem Kinderwunsch zu eurer Gynäkologin, zu eurem Gynäkologen oder der Hausärztin und lasst einmal eure Schilddrüsenhormone checken und passt auf euren Jodbedarf auf. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.